Um die Belohnungen in Form von Ultima mit dem DeFi-U-Produkt zu erhalten, müssen Sie Split-Tokens in der Anwendung Smart Wallet auf Ihre Wallet abheben. Vergessen Sie nicht, Ihre Wallet zu aktivieren, um Transaktionen mit Split-Tokens durchzuführen. Zur Aktivierung übertragen Sie einfach einer Smart an Ihre Wallet. Um Split-Tokens abzuheben, öffnen Sie also das Dashboard auf der DeFi-U-Website. Ganz oben links sehen Sie das verfügbare Split-Guthaben mit der Schaltfläche Payout. Klicken Sie darauf. Bitte beachten Sie, dass zum Abheben von Tokens eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich ist. Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie die Adresse Ihrer Split-Wallets einfügen müssen. Die Adresse kann in Smart Wallet kopiert werden. Fügen Sie die kopierte Adresse ein, geben Sie den abzuhebenden Split-Betrag an und klicken Sie auf die Schaltfläche Transfer. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Zwei-Faktor-Authentifizierungscode eingeben müssen. Öffnen Sie die Anwendung Google Authenticator und geben Sie den aktuellen Code der Anwendung in das entsprechende Feld ein. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie eine Nachricht, dass Ihre Anfrage zum Abheben von Tokens erstellt wurde. Bald werden die Tokens in der von Ihnen angegebenen Wallet eintreffen. Den Verlauf der Auszahlungen finden Sie im Abschnitt Payouts – History. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Arbeit.